Wie gesund sind Datteln? Das gucken wir uns heute mal an. Ich habe mir ein paar Studien rausgesucht und wir gucken uns mal an, wie gesund sind diese Datteln eigentlich. Ihr kennt, ich bin absoluter Dattelfan. Ihr habt vielleicht mal auf meiner Instagram-Seite gesehen, die Firma. Ich habe ja so ein Dattel-Video gemacht und da habe ich diese Datteln vorgestellt. Die haben mir so ein Geschenkpaket geschickt. Könnt ihr euch an das Bild erinnern? Hier haben die mir mal ein paar Paletten geschenkt, dafür, dass ich so ein erfolgreiches Video gemacht habe und viele Leute gekauft haben und die waren absolut mega überrascht. Und von daher kann ich ordentlich mit Datteln laden und habe natürlich zu den Datteln noch die ganz normalen 3-Kilo-Kisten hier. Und bin absoluter Dattelfan, schon immer gewesen natürlich, weil es halt das perfekte High-Carb-Low-Fat-Nahrungsmittel ist. Es gibt nichts, was mehr Kohlenhydrate ist und ein vollständiges pflanzliches Nahrungsmittel ist. Wir können hier mal kurz rein rutschen in die Grafik. Das sind Datteln, das sind die Angaben. 65 Gramm Kohlenhydrate, das hat kein anderes Nahrungsmittel. Vielleicht noch getrocknete Feigen und sowas oder Rosinen, das ist ja so ähnlich. Also Trockenfrüchte und die haben auch ein bisschen Protein und natürlich extrem wenig Fett. Extrem, extrem wenig, wenn man bedenkt, dass Orangensaft zum Beispiel 8% Fett hat. Weil da wird die Schale mit ausgepreist, da ist Orangenöl in der Schale. Und von daher kommt man da auf 8%. Und Haferflocken haben so 17% Fett und 1%, das ist schon ziemlich, ziemlich heftig. Von daher, deswegen sind die so gesund, ja, extrem viele Kohlenhydrate und extrem wenig Fett. Deswegen sind Datteln so mega gesund. Aber natürlich, gucken wir uns mal die Wissenschaft an. Sagt die Wissenschaft denn auch das Gleiche? Oder wie sieht es da aus? Deswegen hier mal ein paar Studien. Hier in dieser Studie wurde festgestellt, Datteln wirken antioxidativ. Ja, weil die Antioxidantien besitzen, sie sind anti-entzündlich, sie sind anti-carcinogen, also anti-krebswirkend und sind präventiv gegen Diabetes. Das finde ich so lustig. Steht hier, ne, könnt ihr das sehen. Sind gegen Diabetes. Und jetzt Leute, die mich nicht kennen, ne, die denken sich jetzt, hä, Datteln, Anti-Diabetes, wie kann das sein? Datteln, das ist ja eigentlich purer Zucker, da sind solche Zuckerbällchen, kannst du sagen, ne, tatsächlich, das sind einfach nur Zuckerbällchen. Da ist ja nichts anderes drin eigentlich außer Zucker, ne, organisch gebundener Zucker. Und von daher, ne, wie können die anti-diabetisch sein, ne, kriegt man davon nicht Diabetes und so? Dafür, ne, mein Typ 2 Diabetes Video gucken, bitte, mein ganz großes, erfolgreiches Video. Falls jemand auf den Trichter noch nicht gekommen ist, ne, die sind anti-diabetisch, warum, habe ich euch gerade gezeigt, darum, ja, darum sind die anti-diabetisch, weil du kriegst Diabetes von intrazellulärem Fett, ne, und da, dort so gut wie kein Fett drin ist, und das Fett so niedrig ist, dass das ganze Fett von deinem Körper aufgebraucht wird, für einfach Körperfunktion, weil ein Mensch braucht auch Fett, natürlich, und du brauchst ganz genau dieses Fett, so viel Fett brauchst du, ne, diese Art von Fett brauchst du, und von daher, ne, ist das, äh, so mega gesund und anti-diabetisch tatsächlich, weil, ihr wisst ja, wie man Diabetes wieder wegkriegt, ne, indem man Kohlenhydrate erhöht und das Fett rausnimmt, damit das Fett aus den Zellen rauskommt, dann geht auch dein Diabetes weg, und von daher, ähm, sind die anti-diabetisch, ja, Datteln werden in der Wissenschaft als anti-diabetisch geführt. Von daher, hier sind auch noch die verschiedenen Sorten, ja, ich hab ja die ganzen, hier, jede Kiste ist eine andere Sorte, ja, ich hab die alle durchprobiert, und, äh, ja, die Sokari-Datteln, die sind die allerbesten, ne, die allerleckersten von allen, also diese, diese Tabelle hier, die, äh, ist immer noch richtig, ich könnte die jetzt erweitern, aber da sind nur Datteln, die, die, obwohl eine 8er, hab ich auch gefunden, auf jeden Fall Sokari-Datteln sind die, sind die leckersten für mich, und, äh, ihr habt die auch selber gekauft und habt selbst gesagt, ne, unfassbar lecker die sind, und, äh, das freut mich sehr, dass ihr, dass, äh, die euch auch gefallen haben, die Sokari-Datteln, die sind absolut, die schmecken einfach wie Honig, ne, und die schmelzen einem im Mund, von daher mega lecker. So, und dann einfach mal die nächste Studie packen wir aus, hier in dieser Studie, ähm, hat man erklärt, ja, wie füttert man die guten Darmbakterien, und hier hat man festgestellt, äh, mit Präbiotika, und zwar sind Ballaststoffe Präbiotika und Polyphenole auch, die wirken, wirken wie Präbiotika, äh, nicht Präbiotika, sondern Präbiotika, und die füttern halt die guten Darmbakterien, hat man hier festgestellt, und, äh, weil die Datteln sind voll mit Ballaststoffen und Polyphenolen, ja, hier geht es ja um Datteln, und, ähm, hier hat man halt festgestellt, die füttern die guten Darmbakterien, und Dattel-Extrakt hemmt Krebszellen zu fast 100% im Reagenzglas, ja, auch sehr, sehr schön und interessant zu wissen, das ist halt, hm, pflanzliche Inhaltsstoffe, ne, Polyphenole, Antikarzinogene, Antikarzinogene gibt es nur in Pflanzen, ja, Pflanzen, Antikarzinogene sind immer, äh, sekundäre Pflanzenstoffe, und deswegen gibt es sie nur in Pflanzen, ne, alles, was krebshemmend ist, gibt es nur in Pflanzen, nur pflanzliches kann krebshemmend sein, und jetzt gibt es halt kluge Menschen, die gehen hin und sagen, oh, Krebs ist ein echtes Problem auf dieser Welt, ich esse nur noch Pflanzen, also nur noch Antikarzinogene, ne, anstatt wenn du, äh, irgendwas anderes isst außer Pflanzen, heißt das, du isst Karzinogene, weil du isst dann Tierprodukte, ne, Tierprodukte sind alle Karzinogen, deswegen isst du dort Karzinogene und, ähm, Antikarzinogene natürlich auch, äh, man isst ja nicht nur Tierprodukte, Antikarzinogene gibt es nur in Pflanzen, deswegen sind Datteln auch Antikarzinogen natürlich, und hier die nächste Studie, hier, ähm, hatte man zwei Gruppen, die eine kriegt keine Datteln, und die andere Gruppe kriegt sieben Datteln pro Tag für drei Wochen, in der Dattelgruppe, äh, die in der Dattelgruppe hatten häufiger einen Stuhlgang, ja, wegen den ganzen Ballaststoffen, äh, sie hatten weniger Ammoniak im Stuhl, ist aufgefallen, ja, Ammoniak ist ein Zellgift, ne ganz, ganz üble Sache, die hatten weniger Ammoniak im Stuhl, sie hatten erheblich weniger gentoxische Stoffe im Stuhlwasser, auch sehr interessant, also Stoffe, die Gene kaputt machen, die toxisch sind auf DNA zum Beispiel, ähm, ist viel, viel weniger im Stuhlwasser von der Dattelgruppe, und die Konklusion dieser Studie ist, Datteln schützen wahrscheinlich vor Darmkrebs, okay, weil es einfach nur eine logische Schlussfolgerung ist, weil es halt, ne, es geht ja darum, das, was im Stuhl ist, ne, häufiger Stuhlgang immer gut, damit du das Schlechte rauskriegst, weniger Ammoniak im Stuhl, weniger gentoxische Stoffe, ja, und bessere Besiedlung der Darmbakterien und alles, und das schützt dann höchstwahrscheinlich vor Darmkrebs, ne, wäre ja einfach nur ganz, ganz logisch, und dann diese Studie, hier hat man sich angeguckt, welche Datteln haben diese antioxidativen Stoffe, es gibt ja ungefähr zehn verschiedene Sorten, ne, würde ich mal schätzen, vielleicht auch mehr, und von daher, ne, welche Datteln wirkungsschützend, und hier hat man das getestet und hat herausgefunden, äh, es sind alle, alle Datteln sind antioxidativ, alle Datteln sind anti-entzündlich, alle Datteln, Datteln sind krebshemmend, von daher, ne, macht es keinen Unterschied, was für Datteln man isst, ja, deswegen, ich esse meine Sucari-Datteln, und ich werde die euch hier unten natürlich verlinken, falls jemand Interesse hat, ganz klar, damit ihr die nicht suchen müsst und direkt die richtigen findet, ja, von daher, aber, wie hier in dieser Studie gezeigt, es sind alle Datteln gesund, ja, und deswegen braucht man sich da nicht groß Gedanken machen, nur ich esse halt am liebsten die, die am besten schmecken, ja, ganz klar, von daher, das ist für mich so und so an, äh, Tagen wie jetzt, ja, es ist Sommer, es ist heiß draußen, ich fahre jeden Tag stundenlang Fahrrad und ich lade mich mit Kohlenhydraten auf, ne, da sind meine Primärquellen überhaupt, sind Datteln und Bananen, die haue ich mir frühmorgens immer rein, um Energie zu kriegen, man kann auch, ähm, mache ich auch manchmal, wenn ich mir ein Smoothie mache, zum Beispiel, tue ich da auch Zucker rein, ja, dann tue ich da also so vier Bananen rein, zehn Datteln und dann so drei Esslöffel Zucker, ja, richtig gehäufte Esslöffel, um meinen Körper wirklich zu überschwemmen, um Power zu kriegen, du merkst es, falls jemand sowas mal gemacht hat, diese ganzen verschiedenen Zuckerarten, ja, den Zucker aus den Bananen, aus den Datteln und den isolierten Zucker, ja, der einfach nur Energie ist, reine Energie, die ist nicht ungesund und die ist auch nicht gesund, ja, die hat keine Nährstoffe, ist einfach nur reine Energie, und du merkst das, ne, wie dein Körper überschwemmt wird mit dieser Energie und dann hast du Power und dann hast du auch Lust auf Sport, ja, und rauszugehen und was zu machen, dich zu bewegen und von daher, ne, Datteln absolut mega gesund, ist ganz klar, vollständiges pflanzliches Nahrungsmittel, die beste Kohlenhydratquelle, die es gibt, ja, weil es ein vollständiges Nahrungsmittel ist und nichts hat so viele Kohlenhydrate als vollständige pflanzliche Nahrungsquelle und von daher, Leute, ne, esst Datteln, Datteln sind mega ultra gesund, wollt ihr auf jeden Fall haben, sind antioxidativ, sind krebshemmend, sind entzündungshemmend, ja, wollt ihr alles haben, füttern eure guten Darmbakterien, pipapo, ja, habt ihr alles in der Wissenschaft gesehen, ich verlinke euch die Studien natürlich unten, wie immer und von daher, Leute, falls euch das Video gefallen habt und ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr mich unterstützen, indem ihr Mitglied werdet, das wäre super, super nice und ansonsten, Leute, guckt euch ein weiteres Video von mir an, die Datteln sind unten verlinkt und ich hoffe, ihr da konntet irgendwas aus dem Video mitnehmen, peace.